Andrea gewinnt, wie sie glaubt. Eindeutig. So, willkommen zu den Superstandards zur nächsten Klasse. Siehe, hier machen wir im Anschluss an die Veranstaltung. Dann könnt ihr die Andrea nochmal... Ja! Okay, wir haben zwar ein Punkt, wenn ich gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht täuscht. Das ist sozusagen eher wahrscheinlich ein Punkt. So. Da kommt die Placke und da kommt die Svenja. Sehr gut zu erkennen, dass das kein Original-Motor-Song mehr ist, den sie dort haben. Wo du ziehst, sagst du? Wo du meinst du? Ja. 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 91 Aus der Bahn Aus der Bahn In 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 der Bahn Auf die erste Frage